Hallöchen, ihr der Nahle 4 und willkommen zurück bei No One's Wife. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir machen heute weiter und fahren nochmal ein Ründchen. Wir gehen erstmal hier zum Händler in E4 und schauen, ob der Weiz naht, dass wir eintauschen können. Dann fahren wir ganz entspannt die Straße runter, knicken hier ab und gehen hier mal auf diese Farm. Ich hoffe, das ist eine Farm. Schauen wir vielleicht bei dem Händler nochmal vorbei und fahren dann ganz entspannt hier wieder zurück. Das ist mein Plan. Ich würde sagen, das machen wir. Wir fahren los mit Börter, denn Börter hat die Rucksäcke mit dem ganzen Stuff drin. Munni-mäßig haben wir nur das. Ich hoffe, dass kein Licker am Start ist auf der Farm. Entschuldigung, 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 Merknam, sorry. Börter ist ein bisschen, Börter ist ein bisschen heute wieder, ne? Die hat Bock. Börter hat Laune. So. Wunderbar. Sprit reicht dicke. Das heißt, wir fahren jetzt im besten Falle hier wieder durch die Felder durch, oben an der Straße. Und ihr könnt schon mal Daumen drücken, ihr Lieben. Ihr könnt schon mal Daumen drücken, dass da auf jeden Fall mindestens ein Weizen ist. Und man ist hier heute Weizentor. Ich möchte heute ganz gerne mindestens zwei Weizen haben, um das Schwarzpulver oder Schießpulver herstellen zu können. Zumindest erlernen zu können. Davon brauche ich zwei Weizen. Das war super. Ich hoffe, der Händler ist so gnädig und liefert mal. Wir fahren hier entlang. Und ich habe mir sagen lassen, in den Kommentaren von ein paar Folgen, wurde mir gesagt, der Pickup-Truck, der sei noch im Spiel. Der ist noch drin. Also quasi Börter aus der ersten Staffel. Müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht auch irgendwo finden. Ja, cool. So. Du bist scheiße, du wirst immer noch kein Weizen. Aber eine Weihnachtshose. Warum? Warum eine Weihnachtshose? Ich brauche Weizen, Junge. Heilige Scheiße. Okay, gut. Arschloch. Dann halt mich. Ich hoffe beim nächsten Mal. Falsche Richtung. Wo ist denn da? Da, da. Da. Du, 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 du. Fahren wir jetzt hin. Geschwind. Geschwind, geschwind. Trägt ihr das Kind? Auf den Schultern. So, was aber hier ist noch so Mahlerhäuser drin. Das sind natürlich so ganz normalen Häusachens. Aber keine Farben. Können wir vielleicht auch einen Rückweg mal noch mitnehmen. Irgendwann. Die brauche ich erstmal nicht. Ich glaube auch, hier war kein so ein Lagerhäuschen drin. Oder ein Exploder. Die haben auch Bock die Jungs, ne? Well. So, wir sind gleich hier in der Nähe von der Altenheimat, ne? Mein Lieblingsdorf in der ersten Staffel. Ich freue mich sehr. Hier pinnen wir noch die Wölfe um. Die haben nach wie vor auch Bock, wie man sehen kann. So, auf jeden Fall ist es entspannt. Und hier, genau. So, ich weiß noch, hier stand beim letzten Mal ein Auto. Und genau da. Genau da. Guck mal, da steht noch einer. Haben wir da noch ein Rino? So. Von hier bis jetzt aber hier. Dann haben wir da nochmal ein Erzfeld gehabt. Und da vorne haben wir... Ja, da haben wir noch mal. Sehr geil. Also, wie gesagt, Daumen drücken. Dass hier kein Licker rumpimmelt. Wäre cool. Also, ran an die Farm. Wir gehen hier nochmal looten. Let's go. Daumen drücken. Für Weizen. Das wäre mir ein Anliegen. Ich nehme schon mal die Waffe in die Hand. Ich traue dir nicht. Schon mal nichts. Motivation. Noch eine Motivation. Aber ich brauche Weizen. Oder Solarzellen. Solarzellen wäre auch geil. Nährstofflösung. Da haben wir nichts. Ja, guck mal. Also, was haben wir drin? Battery. Was zum Futter. Aber nicht von Muddern. Dann. Ein paar Stahlwaffen. Kraftstofffilter. Ja, kannst du ja auch finden. Okay. Habe ich brauche das Weizen. Weißt du? Wie ein Wechselrichter. Den nehmen wir mit. Ich werde noch brauchen irgendwann. Ja, schön. Letzte Folge. Ich weiß noch, ne? Drei Folgen dann hier. Jetzt ist scheiße. Hier sind wir und so. Wo war es? Ich baue da einmal eine Farm gelooten. Bam. Wechselrichter. Ja, das ist also. Dann hätten wir die Mühe. Wir haben uns das sparen können. Und direkt hierher. So. So. Aber wie gesagt. Wir haben dadurch ja beim letzten Mal auch ne. 300 Watt Solarzeile. Die kannst du hier auch finden. Von daher ist es vollkommen warm. Ich möchte die Lootour jetzt nicht schlecht drehen. Ah, ist so spannend. So. Hammer, Hammer, Hammer. Geh mal hier hinten rein. Let's go. Sterben darf ich natürlich nicht. Das wäre schade. So. Voller. So. Bitte, 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 bitte. Irgendwie ne Weizen. Gurkensamen. Danke. Spüren. Leider nein. Leider gar nicht. Da ist auch nichts drin. Hier ist die ganze Säcke. Es ist null drin. So. Ich würde sagen, wir steigen in Börte und fahren hier mal hoch. Insofern sie da irgendwie durchkommen ist. Das weiß ich nicht. Es ist natürlich wieder am Regnen. Es ist soundmäßig wieder das Beste. Da freue ich mich sehr drüber. Danke, Spiel. Gebt mir eure Zähne. Wie ist das Ärmchen runtergekommen? Keiner, irgendwo hin. Okay. Da könnte ich mal ein bisschen mehr reinladen. Den will ich behalten. Alter, da kommt mir ganz viel was mit euch los. Hi. Wo kommt mir her? Two-Shot. Was für ein Schilder. Komm mal. So. Du lässt mal Börter entfliegen. Danke. Ich kann nichts dafür. Börter kann vor allem das nichts. Gute Idee. Nice. So. Hier. Hier bin ich in die Hand, ne? Weil. Licker. Eventuell. I don't know. Ich weiß noch. Auf einer Farm hatten wir einen am Start. Aber nicht schön. Hi. Lass mal looten. Komm mal. Hi, Gretchen. Sehr schön. Jetzt Schnauze. Lass looten. Hier, ich brauche Zeug. Ich brauche Weizen. Gimme da Weizen. Hä? Und der einen Ecke. Fühl. Das ist gut. So. 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 Hier. Ja. Das ist okay. Finde ich teilen. Nehmen wir mit. Das ist doch in Ordnung. So. Hier drüben. Let's have a look. Nein. So. 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 In den Kadons. Eisenachs. Salpeter. Und Eisen. Nö. So. Da war nix drin. Da. Geh mal hier rein. So. Einfach mal explodieren. Eine Pfeil. Wusste ich auch nicht, dass sie hier finden. Wo wir liegen können. Oh. 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 Du warst aber da drin. Fressi. Kaffee. Kaffeebohnen roh durch die Nase gezogen. Nice. Gönn dir. Das ist okay. 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 So. Was haben wir hier? Was haben wir hier drin für eine Schandteile? Mittelalterliche Achsenzeichen. Das habe ich ja noch gar nicht. Katana. Okay. Katana. Bauplan. Wasser speichert. Ich sag nix. Okay. Ist in Ordnung. Oh. Die Solarzelle ist super. Die Solarzelle ist mächtig. Geiler Loot. Zusammen mit den Bauplänen. Cool. Aber was ist der taktische Dolch? Frage ich mich. Was ist hier dieser taktische Dolch? Das ist der hier. Taktischer Dolch. Ist aber jetzt nicht dieser Stahldolch, oder? Dieses Messer, was man da finden kann? Nee, ich glaube nicht. Okay. Cool. Wir haben schönen Loot. Jetzt noch Weizen. Das war super. Die Kohle. Die Kohle. Apropos. Wie das macht. Das passt nicht. Ach, du bist nur da hinten. Und wir machen das so. Und dann machen wir das so und so. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Der soll ruhig eine Runde grunzen. Ist mir egal. Käppel. Das ist schon wieder dunkel. Was ist denn los? Okay. Und draußen haben Schneestürmen, ne? Das ist ein scheiß, kack, Arschlochwetter. Gut, das Ding haben wir. Das heißt, wir hauen das jetzt in Börter rein. Und fahren da drüben nochmal hin. Das ist allerdings nur so ein normales Häuschen, glaube ich. Aber so weit passt das. Brauch. Okay, das Ding. Das heißt, wir müssen das so hinnehmen. Sehr schön. Nice. Okay, das passt noch rein. Das ist der Rucksack voll. Da kann ich noch die Rucksäcke befüllen. Das da, das da. Natürlich da unten rein. Ist klar. Spiel. Das ist das. Das ist das. Dann nimmst du rein. Das haben wir da rein. Bam, bam, bam. Ich hebe mich auf. Ihr seid ganz, 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 ganz toll. Alright. Chatzline. Auf geht's. Hier haben wir hier hinten. Noch was zu lieben. Oh, so Lagerhäusen vielleicht. Aber es ist wieder kacke dunkel, ne? Und wo stöhnt einer rum? Der eine. Kann auch sein. Nächste. Bitte gib mir ein Weizen. Ein Weizen. Fände ich schön. Oh Gott, man. Hör doch mit den Gespränge auf. Wieso musst du... Bahnhof... Alter, Gretchen. Junge, Junge. Kannst ja auch nicht ausdenken, ne? Okay, ich muss trinken. Sag's aber, ne? Das sag's aber. Warte mal. So. Körben ist nichts drin. Lass mich hier gucken. Hallo? Hallo, frei. Ja, ein bisschen Medizin kruscht. Das ist okay. Da haben wir nix. Vielleicht Rucksack-Power. Motorrad-Helm-Power. Warum jetzt nicht? Haben wir bestimmt wieder vier Pistolen-Power. Oder auch nicht. ein Klavier. Hier sind wir reingekommen. Das haben wir gelootet. Das haben wir gelootet. Nee, ist hier nicht. Doch, hier nicht. Schmerzofen, Wasserspeichertationen, Hüllenbauplan. Okay, ne? Ja, das andere ist... Hier noch. Oh, das wär super, ne? Weizen. Kräuter. Nein. Kräuter. Das hat Kräuter, ne? Das ist kein Weizen. Wo bist du jetzt? Ma'am? Nein. Da bist du. Komm rein. Auf den Meter. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob ihr auch was seht. Ich seh' ein Gefühl, du mischt es. Okay, nehmen wir noch das Auto, aber dann ist es ja auch schon wieder Feierabend oder was? Das heißt, die Farm ist erledigt. Zweite Minute. Wir könnten jetzt mal einen Abstecher zum Händler oben machen. Schauen, was der Knödel am Start hat. Was machen wir hier durch, Alter? Wir hoffen, dass da keine Berne so'n Scheiße ist, ne? Oder Wildschweine so'n Kack. Ich sitze im Kampel drauf. Das weiß ich ja nicht. Ich glaube aber nicht. Da hoff' ich. Da saß'n du. Okay. Was hast du denn da? 500. Alter, ihr Gap. Nice. Ja, warum nicht? Okay, also ihr habt Waffen. Gefühl. Ähm, was, 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 was? Kochen. Alles klar, alles logisch. So, dann fahren wir hier runter und gehen hier. Ich glaube, das war noch Gefahren. Let's go. Go, go. Inspektor, ähm, Weizen. Ich schätze, ganz entspannt, ne, weil der Dunkel geht auch um den Motor. Das könnt ihr jetzt so langsam mal mit den Schiffen auffüllen, ne? Dunkel. Das war ein Hirsch. Ja, okay. Sehr berusster Hirsch. Ein sehr metallener Hirsch. Hat sich nix geändert. Hat nix geändert. So, also, wir sind da. Bitte, bitte. War das hier richtig? Ja. Alright. Das heißt, so wie es anhört, jetzt hier von, ähm, Dingen, so, ne? So ein Polizeiauto. Dann haben wir hier noch, ah, so, so eine Geschichte. Da könnte man übrigens auch noch Wechselrichter finden. So, also, so eine Geschichte hier. Warum denn Sandsturm noch, Leute? Warum denn Sandsturm? Keiner will das. Oder war das hier ein Banditennager? Ich muss auch mal fahren. Kann man da durchfahren? Wir fahren rückwärts rein. Sind auf der sicheren Seite. So, wenn wir da schnell wieder raus müssen. Was ist denn zappendustern? Es tut mir leid, dass es so dunkel ist für euch. Brennende Pfeilzeichnung. Nichts. Nochmal nichts. Ich glaube, Weizen war so, Weizen war so ein Ding, weißt du, das war echt ultra selten. Weizen war echt richtig, richtig selten. Können wir hier so durchlaufen und gucken, ob da irgendwo so ein Boot gibt. Was ist denn hier noch was drin? Weizen war so ein Ding. Warum, den gönne ich mir dann? Jetzt rein hier, reinordeln und das gute Weizen. Wenigstens als Motivationstrink. Alles klar. Gut, wir fahren hier rein. Ich hoffe, es wird bald hell. Dich, 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 Dich. Können wir schon mal reinpacken. Aber Dich nicht. Du stinkst. Nein. wir, da, wieso? So, das ist doch Futter. Wieso? Jawohl. Dich rein. Hi. So, reingepackt. Den in die Hand. Was sagt die Uhr? Gleich wird's hell. Dann seht doch wieder was. Vielleicht. Vielleicht. Ja. 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 Ja, natürlich. Das war so ja nach der Kunstschuss. Die hat nicht mal gehittet, die Sau. Aber sagen es nur ein Spucker ist, ist okay. Durch hier. Auf geht's. Let's go. Weizen. Weizen. Da liegt ja auch noch Zeug drauf. Oh. Gut genau. Musste ich jetzt auch nicht. Im Moment heißt es in den Kommentaren, da wieder. Bei der Farbe G5. Liegen immer auf diesem einen Heuballen drei Weizen. Du Müt. Geht da mal gucken. War zumindest bei mir so. Guck da, siehst du. Kartoschka-Samen. So. Armer Weizen ist nicht, ne? Habe ich das Gefühl. Oh Gott, wo kommst du denn? Alter. Au. Oh, der Schrecken geht immer noch auf die Rippe, ne? Oh, die Junge, wo warst denn du? Ich habe ja gar nicht gehört. Alter, Alter, Alter. Geht's gut. Hüel. Nüchsts, Werkzeugkraften, Kasten, kann ich stehen lassen. Den nehmen wir mit. Auf jeden Fall. So, ihr habt nix. Solarzelle wäre vielleicht noch geil. Und, kein Druck. Ähm, gut. haben wir die noch mal. So, wir haben hier drin. Einen Tegel. Und nichts mehr. Im Boden sich war auch nix liegen. was mehr. Ja, kann sie mitnehmen. da steht Börter, genau. Muss erst mal hart überlegen, ist es nix noch mal neuer Truck oder ist es Börter. Ich glaube, das mit dem Weizen, das ist hier so ne, so ne ganz eine besondere Sache. Okay. Gut gehandelt. So, schauen wir hier. Schauen wir hier und schauen wir da. Normaler Reifen. Den brauche ich nicht. Ah, Weizen, Weizen, Weizen. Ich mein wenigstens einer, ne? Dann könnte man ja schon mal anbauen. Weizen. Das würde mir schon gelügen. Das Traktor ist gar keinem. Schätzelein, dann fahren wir doch mal vorwärts rum. rum, 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 hier, 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 die haben wir. Gehen wir nochmal gucken. Gemüsekonserve. Aber hier haben wir das, ne? Ja. Halt die Backen. Wir müssten vielleicht auch explizit bei einem Händler gucken, der Nahrung verkauft. Müssen wir schauen, ob es da vielleicht noch einen zweiten Händler irgendwo gibt. Und die hat gezielt abfallen. So. Da haben wir noch Kisten. Gebt mir bitte Weizen. Moderation in Fässern. Aber kein Weizen. Dich haben wir. Okay. Schade. Wo könnte man denn sonst noch gucken? Von da kamen wir. Da hinten eventuell nochmal rein. Ah, ich glaube, das ist ja alle die Wesen, weißt du. Da liegt nix. Null. Leider gar nix. Schade. Gut. Wir fahren jetzt noch zu dem Händler. Zum Abschluss. Dort beenden wir dann die Folge. Wenn der nix hat. Und dann würde ich sagen, am Mittwoch gucken wir mal, was noch Sache ist. So, ich glaube, da haben wir unten das mal ein Band mitgefallen. Dann doch nicht. Okay. Okay. Ja, aber es kann nicht. Ja. Aber es kann nicht. ich glaube ich habe auch hier quer verdraht runter heißen ich glaube ich habe auch hier Oh, aber Wölfe, stimmt's? Jede Menge! Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Jajaja, alles gut, easy, easy, chillen mal! Alter, Finne! Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Die Vaniten kommen erst ganz am Ende. Der Sandsturm könnte mal die Fresse halten. Das wäre jetzt echt, das wäre schön. Ich würde hier schon mal reinfahren. Ich würde hier schon mal reinfahren. Ich würde hier schon mal reinfahren. Was bist denn du für ein geiler Händler? Das war auch nichts. Aber hey, ist schön. Ist schön hier bei dir. Cool. Doch, gefällt mir. Die anderen, die noch einen gammeligen Ranz buhen, weißt du, aber sie hier. Schön. Toller Händler. Okay, cool. Da würde ich sagen, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich fahre den ganzen Bums jetzt zurück. Würde noch mal hier hochfahren. Und beim E1-Händler noch mal auf dem Rückweg vorbeischauen. Vielleicht sehen wir uns da am Mittwochen starten von dort aus. Aber das ist noch nicht. Auf jeden Fall war es doch noch eine sehr, 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 sehr gute Sitzung heute. Wir haben Benzin in der Produktion. Was sehr cool ist. Endlich nach, ich weiß nicht, wie viele Folgen können wir es herstellen. Und jetzt heißt es halt, wie gesagt, als Weizen finden. Anbauen und ernten und lieben und pflegen. Damit wir dann auch das benötigte Schießpulver herstellen können. Und dann, wo haben wir es, hier unten. Damit wir dann, also hier für den Alkohol, brauchen wir fermentierten Alkohol. Und für fermentierten Alkohol brauchst du halt zwei Weizen. Und wenn wir das alles haben, ihr Lieben, dann können wir auch hingehen und können Munition uns beschaffen. Und dann können wir hier auch so langsam mal die Banditencaps angehen. Und natürlich den Basisausbau machen. Vielleicht bauen wir am Mittwoch auch nur. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Und lassen wir sagen, ich hole morgen noch Stein rein. In jede Menge. Und das wir dann auch hier ganz entspannt weiter bauen können. Wir gucken mal. Ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wirst. Bis dahin. Macht es gut. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.